Einwanderung bewirkt gesellschaftlichen Pluralismus und Diversität. Das bedeutet in der Folge, dass Menschenrechte innerhalb von Gesellschaften die Rechte der Individuen an Bedeutung gewinnen. Aufgabe des Rechts ist es hierbei, einen Ausgleich, einen gerechten Ausgleich zu finden zwischen den einzelnen Interessen und Werten, den alten und neuen Werten innerhalb der Gesellschaft. In demokratisch verfassten Staaten ist es optimal, wenn das Recht dabei keine Ambivalenzen aufweist gegenüber bestimmten Kulturen oder Religionen.